Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Wir haben hier ein großes internationales Rennen hier in Freiburg-Waltershofen, wo Hunde aus Deutschland, Schweiz und Frankreich am Start sind. Diese Rennbahn gibt es hier schon über 35 Jahre. Es gibt verschiedene Arten von Rassen, von Windhunden, angefangen von Barsoi, Afghanen, Bippet, Windspiele, Basenchis sind dabei. Was wir hier auf der Rennbahn haben, das ist ein künstliches Hasenfell, wo sie dem falschen Hasen hinterher rennen. Weil sie einfach von Natur aus diesen Hetz- und Jagdtrieb haben. Und das wollen wir, dass die Hunde dann entsprechend ausleben. Außer fernes Runden liegt gleichzeitig. Okay, euch solltet ihr uns hier in Ruhe? So ist das eine Runde. Also meine Oma, die züchtet Salukis. Und dann bei einem Wurf vor drei Jahren wollte ich unbedingt einen Hund haben. Und dann habe ich meine Eltern dazu gebracht, dass ich einen Hund bekomme. Und dann habe ich da halt einen behalten. Und dann haben wir halt angefangen mit dem Rennen, sie dazu zu bringen, dass sie halt dem Hase folgt. Und weil sie dann auch gut mitgelaufen ist und das auch gerne gemacht hat, haben wir das dann halt weiter gemacht. Und mir macht es auch sehr viel Spaß. Also im Prinzip kann man es eigentlich nicht züchten. Man muss halt dann anfangen, dass der Hund auf den Has reagiert und dass er dem dann auch hinterher rennt. Also man muss halt anfangen, den Has vor dem Hund herzuziehen. Und wenn er dann halt hinterher rennt, dann kann man anfangen. Wenn er es halt nicht macht, dann kann man halt auch keine Rennen gehen. Und dann kann man halt anfangen, dann kann man halt anfangen.